Herzlich willkommen bei diesem Kanal. Mein Name ist Thomas Krömer, ich bin der TeePapst und heute erzähle ich dir einmal über meine Firmen und meine Beteiligungen, die ich gerade halte. Ist so eine Frage, die ich öfter bekomme und da habe ich mir gedacht, jede Frage, die oft kommt, verdient es ein Video zu haben. Deswegen ist das hier ein B2B-Video, wenn du dich für mein Business interessierst. Wenn du dich lieber dafür interessierst, wie du Tee zubereitest, welche Tee-Sorten es gibt für dein Mindset, dich interessierst, dann scroll durch diesen Kanal, gibt es ganz viele tolle anderen Videos, denn das hier ist ein B2B-Video, ein Business-Video. Wenn dich das interessiert, los geht's, Daumen hoch machen auf jeden Fall, bevor du gehst und auch wenn du bleibst und den Kanal abonnieren. Okay, ich wurde gefragt von einigen Kunden, sag mal, wie ist denn das mit deinen Firmen? Ich bin ein bisschen verwirrt, kannst du einmal erklären, was du für Unternehmen hast, wie du beteiligt bist und wie es denn da gerade aussieht? Ich nehme das Video jetzt auf hier im März 2024, das heißt, wenn du das Video jetzt im Jahr 2025 siehst, kannst du mal davon stark ausgehen, dass es schon veraltet ist, weil da inzwischen schon wieder was dazukommt, denn da ist gerade viel Dynamik drinnen in der Expansion. Okay, los geht's. Also, meine Haupt-Company ist die Aya Europe GmbH. Erste Company gegründet 2003 in Wien, dann seit 2008 in Hamburg und ist deswegen die Company, die seit 21 Jahren am Markt ist. Die Aya Europe GmbH ist gemeinsam mit meinen japanischen Partnern in Japan gegründet, Aya Co. Limited. Das ist sozusagen der größte Hersteller von Matcha Tee. Wir haben hier gemeinsam eine Company, die hier Matcha nach Europa importiert, ihn hier lagert und ihn hier für alle Kunden, die hochwertigen Top-Matcha haben möchten, zur Verfügung stellt. Eigentlich ein B2B-Unternehmen. Und im Jahr 2015 habe ich die zweite Company gegründet, die Kissa Tee GmbH, mit Sitz in Wien, Österreich. Die Kissa Tee GmbH hat die Marke Kissa Tee, das ist meine junge, moderne Marke für frische Tee-Konsumenten. Also Menschen, die sagen, sie wollen hier Matcha Tee haben, aber zu demokratischen Preisen. Hier haben wir uns bemüht, unverschämte Preise zu machen, dass die für die Konsumenten einfach unfassbar günstig sind. Das ist einfach Preis-Leistungs-Verhältnis, absolute Top-Marke. Das haben wir 2015 gegründet und in der Zwischenzeit auch mit der Aya Europe GmbH zusammengeführt. Das heißt, die Produkte bekommst du auch über die Aya Europe GmbH. Davor schon habe ich die Marke Aya DT gegründet. Matcha Tee GmbH, die gibt es seit 2009, ist Europas erste Matcha-Marke, die gegründet wurde. Und ist eine Matcha-Marke, die beschäftigt sich ausschließlich mit Ultra-High-End-Matcha, also mit Luxus-Matcha-Tee. Wie sollte der Matcha schmecken? Im Idealfall, so wie in Japan, wenn der Preis nicht der wichtigste Faktor ist, sondern der Geschmack, die Wirkung, die Inhaltsstoffe, die Aromen. Wenn das das Wichtigste ist, dann die Marke Aya DT. Und diese Marke haben wir beschlossen zu verkaufen, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, aber keine Sorge, über die Tee-Papst GmbH. Das ist meine dritte Company, die ich gegründet habe. Die Tee-Papst GmbH macht hauptsächlich Marketing- und Consulting-Dienstleistungen für Unternehmerinnen und Unternehmer oder Selbstständige und Selbstständige Menschen, die Unternehmer werden möchten. Wenn du da lernen möchtest, wie kannst du dein Unternehmen skalieren, wie kannst du dein Tee-Produkt richtig erfolgreich machen, wie kannst du am Markt richtig profitieren. Also wenn du von meinem Wissen als Unternehmer für dein Business profitieren möchtest, dann ist das, was die Tee-Papst GmbH das anbietet. Das ist tatsächlich Business-Consulting vom Allerallerfeinsten. Und über diese Company kannst du aber auch die Marke Aya DT beziehen. Nächste Company, die ich habe, ist, wir haben beschlossen, gemeinsam mit unseren japanischen Partnern ein Joint Venture zu machen, eine Co-Investition zu machen und zwar zu investieren, mehrheitlich zu investieren in ein Unternehmen in England. Das ist das Unternehmen OMG Tea. Die machen hochwertige, super edle Matcha-Tees und da drinnen steckt Aya Inside, ein richtig cooler Matcha. Und das ist Englands führende Matcha-Brand, machen wirklich ein tolles High-End-Lifestyle-Produkt und sind super, super erfolgreich im englischen Einzelhandel und im Premium-Handel. Ist ein Unternehmen, das uns jetzt mehrheitlich gehört, mehrheitlich zur Aya Europe-Gruppe gehört. Ein Unternehmen, das ich seit einem Monat besitze, auch mehrheitlich nicht Alleineigentümer bin, ist noch der fünfte im Bunde. Das ist das Unternehmen Petit Vegan, wie der Name schon inspirieren lässt, ein Unternehmen aus Frankreich. Die machen vegane Produkte und zwar machen die veganen Käse. Jetzt wirst du dir denken, veganer Käse und was hat das mit Matcha-Tee zu tun? Also, private Sache, ich liebe Käse, aber ich ernähre mich gerne so vegan wie möglich. Überall, wo es vegane Optionen gibt, ist mir das immer lieber als Tier drin. Also Fleisch, Fisch bin ich raus, aber Käse ist tatsächlich mein letztes Laster, dass es mir schwerfällt, rein zu 100% vegan zu leben. Und veganer Käse war schon immer ein Traum. Der schmeckt nur leider meistens so nach Tafelkreide oder nach Pappe oder, also jedenfalls nicht nach Lebensmittel, wo du sagst, richtig geil. Weil man meistens schmeckt veganer Käse einfach bescheiden. Und dann habe ich diese Firma gefunden, die machen veganen Käse, das schmeckt wie Käse. Dann habe ich gefragt, wie macht ihr denn das? Und das ist eine traditionelle, moderne, traditionelle Käserei, die mit ganz traditionellen Käse-Methoden arbeitet, aber nicht Kuh-Milch hat als Basis, sondern Cashew-Milch, also Milch aus Cashew-Nüssen als Basis. Der Rest ist komplett gleich. Deswegen schmeckt das abgefahren gut. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, die suchen einen Investor, ich esse den einfach gern privat. Sichere mir dazu gute Preise für mich selber. Dann habe ich gesagt, alles klar, komm, ein bisschen Geld könnt ihr haben, das mache ich gerne. Und bin jetzt dabei, denen zu helfen, als Business Angel, als Investor, denen zu helfen, ihr Unternehmen mit einem richtig geilen Produkt, das richtig, richtig erfolgreich aufzustellen. Okay, jetzt haben wir insgesamt fünf im Bunde. Das sind die Unternehmen, über die ich dir jetzt gerade erzählen kann. Und in der Pipeline sind noch, so in der Pipeline, sodass ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass das bis zum nächsten Video in einem Jahr auch passiert, sind zwei Unternehmen. Die Pipeline ist deutlich größer, aber es gibt noch zwei spannende Unternehmen, mit denen ich sehr, sehr weit bin in den Gesprächen. Und die stelle ich dir dann das nächste Jahr vor, wenn es dann so weit ist. Das ist eine kurze Übersicht, über was wir hier haben, was ich hier an Unternehmen und an Beteiligungen habe. Das war die Story. Was macht der T-Pubst eigentlich so? Was gibt es da für Firmen? Was macht welches Unternehmen? Kurz für dich zur Übersicht, wenn dir das gefallen hat. Du kennst das Thema. Daumen hoch und schreib mal in die Kommentare, ob du lieber Macho oder Veganen Käse probieren würdest. Wenn dich das interessiert, lass mir eine Nachricht da. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Dein T-Pubst. Ciao.